Ich hab gesehen, dass du online bist, hab ich erst mal direkt geguckt, was dein letztes Short war und dann hab ich direkt hier mit deinem Short mit rein und hab dich eingeladen. Sehr gut, sehr gut erzogen. Das ist genau darum geht's mir. Mir geht's einfach darum, für euch, euch kostet das nix, da mal das letzte Short zu gucken, weißt du, mein? Das ist ja geil. Die Toilette fühlt mich genau dahinten in die Schuhe. Das. Ey, was glaubst du, mein Klinge? Ich hab ihn dir ohne geholt. Ey, aber Sven, was war überhaupt die Auflösung bei Pepe, Pikachu und Sia, wer hat den Klinge geholt? Bei was, bei was? Bei Pepe, Pikachu und Sia, wer hat den Klinge geholt? Mit dem, wo ich das mit dem Auto überfahren hab? Ja. Also ich glaube tatsächlich, er hat ja geglaubt, dass es sein Klinge ist, ne? Ja. Und, äh, ich glaube, dass es sogar sein Klinge war, weil ich bin in dem Moment ausgestiegen, er hat den ja angehielt, mein Auto hat den auch wahrscheinlich überfahren, aber er hat wahrscheinlich die Klinge gekriegt. Weißt du, mein Klinge? Er hat das Klinge angezogen. Er ist doch irgendeiner, der hier rumfällt. Welchen Rang ist denn? Oh. Aber ich mach am Sonntag einen Stream. Äh, wie ich doppel, äh, wie ich doppel, äh, champion werde. Das ist deine Taktik. Oh. Und, ähm, irgendwann würde ich einen Stream machen, wo ich doppel... Oh, wo kommt ihr? Oh, wo kommt ihr denn hier hoch trainiert? Und, äh, irgendwann wir den Stream machen, wo ich doppel... какую... Ich Los, hier ist ja so... Nein, nimm du uns wieder. Ich hole mir da in die Waffe. Let's go, ich hab die Waffe. Ich hab die Waffe abgestaut. Ich werde nennen. Kommst du mir? Nein. Nein. Oh mein Gott, ich muss wieder. Weil du mich in meine Lobby reinlust. Oh, dankeschön. Vielen Dank. Sprühe mal das mit dem Wasser da. Abonniert alle Sven Mann. Jawohl. Und King Paulus. Ja, King Paulus auch. Luis. Wir hätten ihm... Was, 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 was? Ebel Toastbrot, mach mal, hol mal das Auto aus. Nämlich Luis. Ne, ich nenne dich Ebel Toastbrot, ich finde den Namen viel cooler. Und ich bin immer noch kein Esel. Wieso Esel? Ich bin Esel. Weißt du doch. Ach, du bist Esel. Ja, mach auf das Ding. Wenn es schnell geht, macht nichts. Ich bin, ich schieße, ich schieße. Ich bin Sarah. Ich bin Sarah. Ich bin Sarah. Ich bin... Wir sind alle drin. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Warte, 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 warte. Los, 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 Los. Ich bin kein Toaster. Toaster, du steht noch da. Ich bin kein Toaster. da du bist jetzt getoastet das ist genau für meinen Papa aber auch egal Dein Papa heißt Toastbrot und wie heißt Dein Papa? Nutella? Der Fleisch ist in der Kau und mein Junge Junge es gibt ja auch Straßen Hast du schon mal was in Straßen und Verkehrsführung gehört? Wollen wir das nächste Mal machen? Oh, ey da wird einer gewohnt Los, hör mal rein Ich hab das begonnen Ich hab das begonnen Ich hab das begonnen Was hast du gemacht? Radverprügung Hat aber nicht viel geholfen Sag ich nur Fahr mal auf die Straße Einfach auf die Straße Hier vorne ist ein Gegner Weiter, weiter, weiter Ey Da, irgendwo muss ein Gegner sein Das ist ein ganzes Gute Schüss, schüss, schüss Habe ich nicht gesehen Auf hinterher Los, bret ihn kaputt Er kann nix Oh, der Arme Warte, warte, warte Super Ah, der Brückkreide Früchte, der kleine Schlepp Ich Ja, guck mal hinter euch, hinter euch Der haben sie auch, oder? Überfahrung Dead Ja, mach das Ja, mach das Ja, mach das Ja, mach das Da hinten ist irgendwas Da hinten wird gefeindet Mit zwei Autos Kannst du bald auch mal so einen Kontext machen? Ja, ich will mal wirklich einfach machen, aber ich will selber daran teilnehmen Weil ich kann das tun Du kannst das ja mal selber machen eigentlich Soll ich nächstes Jahr um den Scheiß-Spot nehmen, oder? Die Gold leidest In was du lustig bist Könnt ihr kennen die TRP? Junge, fahr doch nicht gegen die Scheiß-Wand, fahr doch mal an die Straße Warum fährt eigentlich der schlechteste Fahrer von uns? Ja, du dachst, aber ich mach's ernst Ich hab mich doppelt, bei denen hab ich mich doppelt Hallo, warum haust du denn ab? Hey, der regt mich auf, der Hey, der regt mich auf, der Hallo Ja, was heißt hinter uns? Der dreht sich doch hier ständig irgendwo hin Auf, der dreht sich doch hier Er hat gesessen, mein Freund Er zieht schnell Ja, natürlich kannst du nicht fahren Ich hab mich schon festgestellt Das Auto ist nicht zu schnell Verboot, Verboot, Verboot Nein, ich will schießen Fahr jemand anders Irgendeiner der fahren kann Zyki, oder Dinger Ja, ich, 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 ich Ich, 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 ich Aber ich, 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 ich das war blitz das war blitz angriff unser auto hier sind ganz unser auto da unser auto bitte bitte lass den anderen fahren bitte die presse da unten rein leute der nächste der nächste habe die gesoffen oder so das ist ja es gibt noch ein bilder an das noch nicht genommen wurde ja wir sind hier gerade beschäftigt sehr stark wir holen ja alle warte 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 ist der polize gott eure weapons warte warte mal lass mich mal kurz ich will weiter schießen dann ja ich will nur mal eine 5g nach oben ich brauch nur noch Sven kannst du mal ein bisschen empfiehlen mitgehen vielleicht äh danke so komm weiter ich hab schon acht kills mach weiter es macht ja spaß kann man drei fahrer haben ich hab auch drei wir müssen nicht alle aussteigen wenn der kommt ne also es reicht wenn zwei aussteigen wenn einer noch weiter fährt noch weiter hast du ein letzter gewehr dass es doch so viel zu viel dazu hatte da hat er noch so ein auto weiter 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 kommt mal durch die kaktiere wieder heilt wir sind vorne die kaktiere leute warten Was ist denn jetzt? Großbrot! Komm! Perfekt! Eieiei! Auf zu den Gegend! Nein! Wo bist du denn? Irgendwo nach da! Einfach mal die Straße nachfahren! Einfach die Straße nachfahren! Einfach die Straße nachfahren! Irgendwann trifft uns schon mal rein! Einfach durch den Ring! Ring, 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 Ring! Oh, das ist immer noch eine Chance! Ui! Ich hab den Lahm, wo vom King Paulus geht, ich mach dich jetzt mal drin! Ich hab Paulus Metallica gekocht! Ich hab Paulus Metallica gekocht! Oh, er ist schon tot. Er ist leider schon tot. Ja, wir haben ja auch ein Abkommen. Also wir arbeiten ein bisschen zusammen, unsere Shorts gegenseitig zu liken und auch was reinzuschreiben, Videos zu gucken. Ja, ist auch mein Wort. Das war echt eine gute Idee. Ja, fahr zu den Schiffen. Wenn man den aboniert muss. Schön zu den Schiffen fahren. Also wenn ein Auto mit vielen ankommt, dann hat der echt keine Chance. Oder wenn man mit vier Leuten angeboten. Und ich hab halt Reiligendare Waffen. Äh... Ich hab halt Reiligendare Waffen. Ja, ich hab ein Big Ness. Ja, danke. Mal gucken mal, was in Waffen zu spielen. So, wir haben ein bisschen da eben dritten. Ich hab einmal die Waffe in Alienware. Ach, wisst ihr eigentlich, was ich jetzt gesehen habe? Ach, ich mach mal Walden-Schworte raus. Die, äh... Ja, ja. Ich hab einen richtig coolen, äh... Richtig coolen Krieg. Komm, fahr zu den Schiffen. Auf zu den Schiffen. Auf zu den Schiffen. Oh, was ist denn denn? Ja. Ja, ich weiß... Ich seh's nicht. Ich bin Diamond-Dial. Oh nein, warum fährt Toastboots schon wieder? Lass mal mich jemanden anders fangen. Der kommt mir da auf der Elf! Warum fährt der Toastboots schon wieder? Hallo! Lass mal jemanden anders fangen. Lass mich mit den Namen. Sven, dein allererster Short hat die Wechselkolle. Aber... Sven, wann hast du eigentlich nicht angefangen? Ey, nicht schießen hier! Boah! Ey, warte, warte, warte. Ey, du bist rot. Irgendwann stimmt nicht. Ich glaub, du bist schon verbrannt. Schon verbrannt. Nee. Nein. Oh, Mann. Mann. Da ist ja sehr in die Gute, was man... So, jetzt fahr jetzt in die Hauptplätze. Da in die... Bahnhof. Uh! Auf zur Bahnhof. Sven hat Chapter 3 langgefahren. Und hier fängst du nicht weiter? Ich schieß da hin. So, ich hab jemanden geholfen. Wollen wir auf die Insel? Nein. Wollen wir auf die Insel? Wollen wir auf die Insel? Wollen wir auf die Insel? Ja, schieß mal. Ja, schieß mal. Guck mal, ich hab hier gestern den Short reingesetzt. Das ist mir echt ganz cool. Auf TikTok? Doch. Ja, das werde ich nachher auch noch bei YouTube einsetzen. Okay. Leute, ich muss aufmachen. Ja, ich geworfen. Sven, ich muss aufmachen. Sven, ich muss aufmachen. Unterstrich Y-T. Ich muss aufmachen. Hier sind meine Sachen. Kommt hierher. Oh, Toastbrot. Was gibt's denn jetzt? Frühstück oder was? Unterstrich. Nee, ich muss aufmachen halt. Okay. Tschau. Tschau. Ja, das passt dich. Ich folg dir mal, Sven. Das ist Mediket. Sehr cool. Ciao. Ciao, ciao. Wir hören. Vielleicht komm ich nachher noch mal online. Jupp. Sind alle drin? So, dass dann endlich mal Leute gehen. Wer ist Season 2 angefangen zu spielen? Team 3. Kannst doch mal anfangen. In Chapter 5 oder wie das heißt. Hä? Heißt das Chapter 5 oder Season 5? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ah, Auto, Auto. Ach so. Ach so. Sorry. Ach so. Ach so. Nee, fahr da hoch, fahr da hoch. Lass das Auto gut. Es ist dann. So, wenn ich mich nicht immer so angefangen habe. Ganz am Anfang. Ich stecke aus. Ich stecke aus. Ich stecke aus. Ich stecke aus. Den habt ihr denn gekekt? Wir haben keinen gekekt. Der ist, äh. Der ist in Frühstück gegangen. War das das Schuss? Es gibt Kloßbrot. Da oben ist noch einer. Der Junge schlägt alles. Was machst du denn da? Fahr doch mal da hoch. Da oben ist noch einer. Der schießt dann die ganze Zeit um uns. Hä? Marlon. Warum? Ja. Ey, ich muss Frühstücken. Kannst du fahren? Ein Fan hat auf jeden Fall gespielt, wo Klombo im Spiel war. Ich habe gesagt, ich habe in der ersten Siegel angefangen. Kannst du einfach mal anfangen? Ja, ich habe ein... Ich habe also... Warum hast du Klombo, deine Kohlenke, der hat sie aufgefressen? Ja, echt mal. Entschuldigung. Ey, ich esse... Ich esse jetzt Frühstück. Irgendwo. 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 Du kannst auch auf TikTok gleich gehen können. Ja, bitte. Laden wir unser Auto auf. Oh, hier ist Gegner. Hier ist Gegner. Der ist da ausgestiegen. Der ist... Der ist... Hier drin irgendwo. Auf? Ja. Kann man durchfahren? Oder es wird drauf. Ja. Fahr rein, hau rein, fang auf rein. Fah auf rein, mach die kaputt. Ja genau. Der ist keine Verschleifung. Oh, ist... Es wird da wohl nicht Schittsrichter. Okay. Das ist dann hinter. Daumen drauf an. Auf den Dach. Ja. Daumen drauf an. Ja, das ist dann mal ein Schlitzgerichter. Oh, ich. er ist jetzt hat er jetzt gerade versucht zu obwohl wir hier stehen das war gut das war stark da müssen noch welche hier muss noch irgendwo einer rumliegen naja der ist tot. der ist stark. ey 13 kill, 26 ins Kampf ist stark runter, jetzt sind wir nur noch zu zweit, eben sind wir noch zu dritt gewesen, jetzt sind wir zu dritt gewesen, jetzt sind wir zu dritt gewesen, jetzt sind wir zu zweit, der andere macht frühstück ich wollte nicht mehr hier unten, hier raus ich denke, einer muss mal in die drittung raus raus, das ist guter, oder? ich hab keine Musik ne, ja, und heute sind wir irgendwas anders durchgegangen, vielleicht später aber welchen Ziele mache ich mit uns? es sind noch drei teams, drei teams, ne, warte mal, fahr mal runter, fahr mal runter, ist da einer im Wasser gewesen? ja, es sind noch drei teams ja, mit uns, deswegen das heißt das heißt das heißt das heißt 1-0 1-0 1-0 könnten wir es schaffen das könnten wir es schaffen, Leute ich hoffe, dass sie irgendwo hier unten rumlaufen und nicht da oben liegen die können sie ja mal anlocken die müssen ja irgendwann hier herkommen die werden safe da oben, weil die werden gleich kommen hier machen wir bitte die Musik im Hintergrund aus, wer ist das? Outtricks? ich hab keine Outtricks ist da Outtricks, ich höre alles was du da machst auch, dass ich sitze? ja, dass es so laut dein Sitzen Mann, wo schleichen die denn rum? ich glaub einer ist schon gestorben, ne? die sterben eine Sohn fahr doch mal ein bisschen rum vielleicht kommt einer irgendwo an da ist er doch aber lass sie nicht einsteigen das sind nur Bots, oder? da ist er nur die GG 9 kronen liegen und 30 auf das war ne gute runde Für das das die erste Runde war, war das echt gut.